wunderschönen ganz kurz diese und nächste woche wird es keine videos auf meinem kanal geben ihr hört warum ich bin krank und zwar richtig mir geht es so dermaßen kacke und deswegen sei mir bitte nervöse ich besitze auch gerade hier in arbeit von daheim aus einfach damit ich keine arbeit ansteck ich habe eine lungenanzündung und grippe mir geht es echt richtig beschissen deswegen bitte nimmst meine krumm nächste woche oder über das haben wir übernächste woche einfach mal ich möchte einfach wieder gesund werden ja und neben seine freunde ich wünsche trotzdem noch eine angenehme zeit macht's gut servus